Jo Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Shop-Video des Tages, denn heute soll sich um 15 Uhr, in 18 Sekunden soll sich der Shop nochmal aktualisieren und angeblich soll der Black Manta Skin reinkommen, das ist glaube ich der Bösewicht von Aquaman, weil heute wird ja der Aquaman Skin durch die Challenges verfügbar, den kann man dann freischalten und ja, wir werden es in 3 Sekunden sehen, ob jetzt wirklich der Black Manta Skin reinkommt, let's go! Oh und zwar, ja, ist es wirklich passiert, Leute, die Farbe schaut mal heftig aus, die C-Reihe Outfit, der Hintergrund sieht mega mega heftig aus, wir klicken würde ich sagen direkt mal auf den Black Manta drauf, es gibt auch noch eine Hacke dazu, die schauen wir uns gleich an, erstmal Black Manta für 1500 V-Bucks, ich habe mir vorhin sogar noch eine Szene aus dem Film angeschaut, der sieht wirklich so komisch aus, das ist irgendwie der Bösewicht von Aquaman für 1500 V-Bucks, den Backpack, warum ist hier ein Plus? Was ist jetzt an dem Reaktiv? Hm, vielleicht wenn man springt, dann leuchtet der irgendwie, wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare und liked den Kommentar hoch, der richtig ist, dann pinne ich den auch gerne an, auf jeden Fall, der Kopf schaut so mega weird aus mit diesen riesigen leuchtenden Augen, ja, heftiger Skin, auch die Beine sind so richtig fett, krass! Okay, das ist auf jeden Fall der Skin und dann gibt es noch eine Hacke dazu und zwar die Manta Klingen, schaut cool aus, so zwei große Schwerter, ja, finde ich auch ganz okay, ich glaube aber den Skin würde ich mir wahrscheinlich eher holen und ich werde den Skin auch heute wieder an meine Creative Supporter verschenken, also falls ihr den auch haben wollt, einfach nur den Credit Code Snoxy eintragen, beziehungsweise mit eurem Handy ein Foto davon machen, wie hier unten mit diesem Kauf unterstützte Snoxy steht, äh, unter dem Skin, davon macht ihr mit eurem Handy ein Foto und schickt mir das auf Instagram, auf Instagram heiße ich Snox und unter allen Leuten, die mir dann bis heute Abend das Foto senden, wie sie hier den Credit Code Snoxy eingetragen haben, unter denen verschenke ich dann den Black Manta Skin oder beziehungsweise halt die V-Bucks dafür, diese 15 Euro, könnt ihr euch auch was anderes holen, wenn ihr euch was anderes davon holen wollt, aber ja, einfach nur Credit Code Snoxy eintragen, halt wie mein Kanal Snox und ein i ans Ende dran, äh, dann verschenke ich das an meine Creative Supporter, ansonsten ist der Shop, glaube ich, gleich geblieben, ja, es hat sich nichts aktualisiert sonst, ähm, aber Aquaman Skin sollte jetzt durch die, oh ja, Black Manta ist verfügbar, das hätten wir jetzt nicht gedacht, aber Aquaman sollte ja jetzt durch die Challenges, äh, verfügbar sein, also, ja, kann man den jetzt auch freispielen und halt auch noch den Bösewicht dazu haben, jo, äh, falls ihr den Rest vom Shop noch nicht gesehen habt, ihr könnt einfach mal auf mein Shop-Video von heute Morgen gehen, ich verlinke euch das auch gerne, dann, äh, könnt ihr euch den Rest auch noch anschauen, hier, den hab ich ausführlich gezeigt, wie jeden Tag natürlich, und dann würde ich sagen, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Black Manta findet, also, top oder flop, und dann, äh, sehen wir uns morgen früh wieder zum nächsten Shop-Video, äh, wenn es wieder heißt, äh, jo, Freunde, willkommen zu einem neuen, Shop, wie immer jeden Morgen, also, lasst gerne ein Abo da, falls ihr noch nicht, äh, abonniert habt, und, dann, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag, und bis morgen, tschüss! Bis zum nächsten Mal!